Siebtes Hauptstück Weib und Kind Das vollkommene Weib Das vollkommene Weib ist ein höherer Typus des Menschen als der vollkommene Mann, auch etwas viel Selteneres. Die Naturwissenschaft der Tiere bietet ein Mittel, diesen Satz wahrscheinlich zu machen. Freundschaft und Ehe Der beste Freund wird wahrscheinlich die beste Gattin bekommen, weil die gute Ehe auf dem Talent zur Freundschaft beruht. Fortleben der Eltern Die unaufgelösten Dissonanzen im Verhältnis von Charakter und Gesinnung der Eltern klingen in dem Wesen des Kindes fort und machen seine innere Leidensgeschichte aus. Von der Mutter her Jeder Mann trägt ein Bild des Weibes von der Mutter her in sich. Davon wird er bestimmt, die Weibe überhaupt zu verehren oder sie gering zu schätzen oder gegen sie im Allgemeinen gleichgültig zu sein. Die Natur korrigieren Wenn man keinen guten Vater hat, so soll man sich einen schaffen. Väter und Söhne Väter haben viel zu tun, um es wieder gut zu machen, dass sie Söhne haben. Irrtum Vornehmer Frauen Die vornehmen Frauen denken, dass eine Sache gar nicht da ist, wenn es nicht möglich ist, von ihr in der Gesellschaft zu sprechen. Eine Männerkrankheit Gegen die Männerkrankheit der Selbstverachtung hilft es am sichersten, von einem klugen Weiber geliebt zu werden. Eine Art der Eifersucht Mütter sind leicht eifersüchtig auf die Freunde ihrer Söhne, wenn diese besonderen Erfolge haben. Gewöhnlich liebt eine Mutter sich mehr in ihrem Sohne als den Sohn selber. Vernünftige Unvernunft In der Reife des Lebens und des Verstandes überkommt den Menschen das Gefühl, dass sein Vater Unrecht hatte ihn zu zeugen. Mütterliche Güte Manche Mutter braucht glückliche, geehrte Kinder, manche unglückliche. Sonst kann sich ihrer Güte als Mutter nicht zeigen. Verschiedene Seufzer Einige Männer haben über die Entführung ihrer Frauen gesäufzt, die meisten darüber, dass niemand sie ihnen entführen wollte. Liebesheiraten Die Ehen, welche aus Liebe geschlossen werden, die sogenannten Liebesheiraten, haben den Irrtum zum Vater und die Not das Bedürfnis zur Mutter. Frauenfreundschaft Frauen können recht gut mit einem Manne Freundschaft schließen, aber um diese aufrecht zu erhalten, dazu muss wohl eine kleine physische Antipathie mithelfen. Langeweile Viele Menschen, namentlich Frauen, empfinden die Langeweile nicht, weil sie niemals ordentlich Arbeiten gelernt haben. Ein Element der Liebe In jeder Art der weiblichen Liebe kommt auch etwas von der mütterlichen Liebe zum Vorschein. Die Einheit des Orts und das Drama Wenn die Ehegatten nicht beisammen lebten, würden die guten Ehen häufiger sein. Gewöhnliche Folgen der Ehe Jeder Umgang, der nicht hebt, zieht nieder und umgekehrt. Deshalb sinken gewöhnlich die Männer etwas, wenn sie Frauen nehmen, während die Frauen etwas gehoben werden. Allzu geistige Männer bedürfen ebenso sehr der Ehe, als sie ihr wie einer widrigen Medizin widerstreben. Befehlen lernen Kinder aus bescheidenen Familien muss man ebenso sehr das Befehlen durch Erziehung lehren, wie andere Kinder das Gehorchen. Verliebt werden wollen Verlobte, welche die Konvenienz zusammengefügt hat, bemühen sich häufig, verliebt zu werden, um über den Vorwurf der kalten, berechnenden Nützlichkeit hinwegzukommen. Ebenso bemühen sich solche, die ihres Vorteils wegen zum Christentum umlenken, wirklich fromm zu werden. Denn so wird das religiöse Minenspiel ihnen leichter. Kein Stillstand in der Liebe Ein Musiker, der das langsame Tempo liebt, wird dieselben Tonstücke immer langsamer nehmen. So gibt es in keiner Liebe ein Stillstehen. Schamhaftigkeit Mit der Schönheit der Frauen nimmt im Allgemeinen ihre Schamhaftigkeit zu. Ehe von gutem Bestand Eine Ehe, in der jedes durch das andere ein individuelles Ziel erreichen will, hält gut zusammen, zum Beispiel wenn die Frau durch den Mann berühmt, der Mann durch die Frau beliebt werden will. Roteus Natur Weiber werden aus Liebe ganz zu dem, als was sie in der Vorstellung der Männer, von denen sie geliebt werden, leben. Lieben und Besitzen Frauen lieben meistens einen bedeutenden Mann so, dass sie ihn allein haben wollen. Sie würden ihn gern in Verschluss legen, wenn nicht ihre Eitelkeit widerriete. Diese will, dass er auch vor anderen bedeutend erscheine. Probe einer guten Ehe Die Güte einer Ehe bewährt sich dadurch, dass sie einmal eine Ausnahme verträgt. Mittel, alle zu allem zu bringen Man kann jedermann so durch Unruhen, Ängste, Überhäufung von Arbeit und Gedanken abmatten und schwach machen, dass er einer Sache, die den Schein des Komplizierten hat, nicht mehr widersteht, sondern ihr nachgibt. Das wissen die Diplomaten und die Weiber. Ehrbarkeit und Ehrlichkeit Jene Mädchen, welche allein ihrem Jugendreize die Versorgung fürs ganze Leben verdanken wollen und deren Schlauheit die gewitzten Mütter noch zu fliehen, wollen ganz dasselbe wie die Heteren, nur dass sie klüger und unehrlicher als diese sind. Masken Es gibt Frauen, die, wo man bei ihnen auch nachsucht, kein Inneres haben, sondern reine Masken sind. Der Mann ist zu beklagen, der sich mit solchen fast gespenstischen, notwendig unbefriedigenden Wesen einlässt, aber gerade sie vermögen, das Verlangen des Mannes auf das Stärkste zu erregen. Er sucht nach ihrer Seele und sucht immer fort. Die Ehe als langes Gespräch Man soll beim Eingehen einer Ehe die Frage vorlegen, glaubst du, dich mit dieser Frau bis ins Alter hinein gut zu unterhalten? Alles andere in der Ehe ist transitorisch, aber die meiste Zeit des Verkehrs gehört dem Gespräch an. Mädchenträume Unerfahrene Mädchen schmeicheln sich mit der Vorstellung, dass es in ihrer Macht stehe, einen Mann glücklich zu machen. Später lernen sie, dass es so viel heißt als einen Mann geringschätzen, wenn man annimmt, dass es nur eines Mädchens bedürfe, um ihn glücklich zu machen. Die Eitelkeit der Frauen verlangt, dass ein Mann mehr sei als ein glücklicher Gatte. Aussterben von Faust und Gretchen Nach der sehr einsichtigen Bemerkung eines Gelehrten ähneln die gebildeten Männer des gegenwärtigen Deutschlands einer Mischung von Mephistopheles und Wagner, aber durchaus nicht Fausten, welchen die Großväter in ihrer Jugend wenigstens in sich Rumoren fühlten. Zu ihnen passt also, um jenen Satz fortzusetzen, aus zwei Gründen die Gretchen nicht. Und weil sie nicht mehr begehrt werden, so sterben sie, scheint es aus. Mädchen als Gymnasiasten Um alles in der Welt nicht noch unsere Gymnasialbildung auf die Mädchen übertragen. Sie, die häufig aus geistreichen, wissbegierigen, feurigen Jungen Abbilder ihrer Lehrer macht. Ohne Nebenbohlerinnen Frauen merken es einem Mann leicht an, ob seine Seele schon in Besitz genommen ist. Sie wollen ohne Nebenbohlerinnen geliebt sein und verargen ihm die Ziele seines Ehrgeizes, seine politischen Aufgaben, seine Wissenschaften und Künste, wenn er eine Leidenschaft zu solchen Sachen hat. Es sei denn, dass er durch diese Glänze, dann erhoffen sie im Fall einer Liebesverbindung mit ihm zugleich einen Zuwachs ihres Glanzes. Wenn es so steht, begünstigen sie den Liebhaber. Der weibliche Intellekt Der Intellekt der Weiber zeigt sich als vollkommene Beherrschung, Gegenwärtigkeit des Geistes, Benutzung aller Vorteile. Sie vererben ihn als ihre Grundeigenschaft auf ihre Kinder und der Vater gibt den dunklen Hintergrund des Willens dazu. Sein Einfluss bestimmt gleichsam Rhythmus und Harmonie, mit dem das neue Leben abgespielt werden soll. Aber die Melodie desselben stammt vom Weibe. Für solche gesagt, welche etwas sich zurechtlegen wissen. Die Weiber haben den Verstand, die Männer das Gemüt und die Leidenschaft. Dem widerspricht nicht, dass die Männer tatsächlich es mit ihrem Verstande so viel weiterbringen. Sie haben die tieferen, gewaltigeren Antriebe. Diese tragen ihren Verstand, der an sich etwas Passives ist, so weit. Die Weiber wundern sich im Stillen oft über die große Verehrung, welche die Männer ihrem Gemüte zollen. Wenn die Männer vor allem nach einem tiefen, gemütvollen Wesen, die Weiber aber nach einem klugen, geistesgegenwärtigen und glänzenden Wesen bei der Wahl ihres Ehegenossen suchen, so sieht man im Grunde deutlich, wie der Mann nach dem idealisierten Manne das Weib nach dem idealisierten Weibe sucht. Also nicht nach Ergänzung, sondern nach Vollendung der eigenen Vorzüge. Ein Urteil, Hesuit bekräftigt. Ein Zeichen für die Klugheit der Weiber ist es, dass sie es fast überall verstanden haben, sich ernähren zu lassen, wie Drohnen im Bienenkorbe. Man erwäge doch aber, was das ursprünglich bedeuten will und warum die Männer sich nicht von den Frauen ernähren lassen. Gewiss, weil die männliche Eitelkeit und Ehrsucht größer als die weibliche Klugheit ist. Denn die Frauen haben es verstanden, sich durch Unterordnung doch den überwiegenden Vorteil, ja die Herrschaft, zu sichern. Selbst das Pflegen der Kinder könnte ursprünglich von der Klugheit der Weiber als Vorwand benutzt sein, um sich der Arbeit möglichst zu entziehen. Auch jetzt noch verstehen sie, wenn sie wirklich tätig sind, z.B. als Haushälterinnen, davon ein sinnverwirrendes Aufheben zu machen, sodass von den Männern das Verdienst ihrer Tätigkeit zehnfach überschätzt zu werden pflegt. Die Kurzsichtigen sind verliebt. Mitunter genügt schon eine stärkere Brille, um den Verliebten zu heilen. Und wer die Kraft der Einbildung hätte, um ein Gesicht, eine Gestalt sich 20 Jahre älter vorzustellen, ginge vielleicht sehr ungestört durch das Leben. Frauen im Hass Im Zustande des Hasses sind Frauen gefährlicher als Männer. Zuvörderst, weil sie durch keine Rücksicht auf Billigkeit in ihrer einmal erregten feindseligen Empfindung gehemmt werden, sondern ungestört ihren Hass bis zu den letzten Konsequenzen auswachsen lassen, sodann, weil sie darauf eingeübt sind, wunde Stellen, die jeder Mensch, jede Partei hat, zu finden und dort hineinzustechen, wozu ihnen ihr Dolchspitzerverstand treffliche Dienste leistet, während die Männer beim Anblick von Wunden zurückhaltend oft großmütig und versöhnlich gestimmt werden. Liebe Die Abgötterei, welche die Frauen mit der Liebe treiben, ist im Grunde und ursprünglich eine Erfindung der Klugheit, insofern sie ihre Macht durch all jene Idealisierungen der Liebe erhöhen und sich in den Augen der Männer als immer begehrenswerter darstellen. Aber durch die jahrhundertelange Gewöhnung an diese übertriebene Schätzung der Liebe ist es geschehen, dass sie in ihr eigenes Netz gelaufen sind und jenen Ursprung vergessen haben. Sie selber sind jetzt noch mehr die Getäuschten als die Männer und leiden deshalb auch mehr an der Enttäuschung, welche fast notwendig im Leben jeder Frau eintreten wird, sofern sie überhaupt Fantasie und Verstand genug hat, um getäuscht und enttäuscht werden zu können. Zur Emanzipation der Frauen Können die Frauen überhaupt gerecht sein, wenn sie so gewohnt sind, zu lieben, gleich für oder wieder zu empfinden? Daher sind sie auch seltener für Sachen, mehr für Personen eingenommen. Sind sie es aber für Sachen, so werden sie sofort deren Parteigänger und verderben damit die reine unschuldige Wirkung derselben? So entsteht eine nicht geringe Gefahr, wenn ihnen die Politik und einzelne Teile der Wissenschaft anvertraut werden, zum Beispiel Geschichte. Denn was wäre seltener, als eine Frau, welche wirklich wüsste, was Wissenschaft ist? Die Besten nähern sogar im Busen gegen sie eine heimliche Geringschätzung, als ob sie irgendwo durch ihr überlegen wären. Vielleicht kann dies alles anders werden, einstweilen ist es so. Die Inspiration im Urteile der Frauen Jene plötzlichen Entscheidungen über das Für oder Wider, welche Frauen zu geben pflegen, die blitzschnellen Erhellungen persönlicher Beziehungen durch ihre hervorbrechenden Neigungen und Abneigungen, kurz, die Beweise der weiblichen Ungerechtigkeit sind von liebenden Männern mit einem Glanz umgeben worden, als ob alle Frauen Inspirationen von Weisheit hätten, auch ohne den delfischen Kessel und die Lorbeerbinde. Und ihre Aussprüche werden noch lange nachher wie sie berlinische Orakel interpretiert und zurechtgelegt. Wenn man aber erwägt, dass für jede Person, für jede Sache sich etwas geltend machen lässt, aber ebenso gut auch etwas gegen sie, dass alle Dinge nicht nur zwei, sondern drei und vierseitig sind, so ist es beinahe schwer, mit solchen plötzlichen Entscheidungen gänzlich fehlzugreifen. Ja, man könnte sagen, die Natur der Dinge ist so eingerichtet, dass die Frauen immer Recht behalten. Sich lieben lassen Weil die eine von zwei liebenden Personen gewöhnlich die Liebende, die andere die geliebte Person ist, so ist der Glaube entstanden, es gäbe in jedem Liebeshandel ein gleichbleibendes Maß von Liebe. Je mehr eine davon an sich reiße, umso weniger bleibe für die andere Person übrig. Ausnahmsweise kommt es vor, dass die Eitelkeit jede der beiden Personen überredet, sie sei die, welche geliebt werden müsse, sodass sich beide lieben lassen wollen, woraus sich namentlich in der Ehe mancherlei halb drollige, halb absurde Szenen ergeben. Widersprüche in weiblichen Köpfen Weil die Weiber so viel mehr persönlich als sachlich sind, vertragen sich in ihrem Gedankenkreise Richtungen, die logisch miteinander im Widerspruch sind. Sie pflegen sich eben für die Vertreter dieser Richtungen der Reihe nach zu begeistern und nehmen deren Systeme in Bausch und Bogen an. Doch so, dass überall dort eine tote Stelle entsteht, wo eine neue Persönlichkeit später das Übergewicht bekommt. Es kommt vielleicht vor, dass die ganze Philosophie im Kopf einer alten Frau aus lauter solchen toten Stellen besteht. Wer leidet mehr? Nach einem persönlichen Zwiespalt und Zwanke zwischen einer Frau und einem Manne leidet der eine Teil am meisten bei der Vorstellung dem anderen wehe getan zu haben, während jener am meisten bei der Vorstellung leidet, dem anderen nicht genug wehe getan zu haben, weshalb er sich bemüht, durch Tränen, Schluchzen und verstörte Minen, ihm noch hinterdrein das Herz schwer zu machen. Gelegenheit zu weiblicher Großmut Wenn man sich über die Ansprüche der Sitte einmal in Gedanken hinweg setzt, so könnte man wohl erwägen, ob nicht Natur und Vernunft den Mann auf mehrfache Verheiratung nacheinander anweist, etwa in der Gestalt, dass er zuerst im Alter von 22 Jahren ein älteres Mädchen heiratet, das ihm geistig und sittlich überlegen ist und seine Führerin durch die Gefahren der 20er Jahre Ehrgeiz, Hass, Selbstverachtung, Leidenschaften aller Art werden kann. Die Liebe dieser würde später ganz in das Mütterliche übergehen und sie ertrüge es nicht nur, sondern förderte es auf die heilsamste Weise, wenn der Mann in den 30er Jahren mit einem ganz jungen Mädchen eine Verbindung einginge, dessen Erziehung er selber in die Hand nähme. Die Ehe ist für die 20er Jahre ein nötiges, für die 30er ein nützliches, aber nicht nötiges Institut. Für das spätere Leben wird sie oft schädlich und befördert die geistige Rückbildung des Mannes. Tragödie Es kommt vielleicht nicht selten vor, dass edel und hochstrebende Menschen ihren härtesten Kampf in der Kindheit zu bestehen haben. Etwa dadurch, dass sie ihre Gesinnung gegen einen niedrig denkenden, den Schein und der Lügnerei ergebenen Vater durchsetzen müssen oder fortwährend wie Lord Byron im Kampf mit einer kindischen und zornwütigen Mutter Leben. Hat man so etwas erlebt, wird man sein Leben lang es nicht verschmerzen, zu wissen, wer einem eigentlich der größte, der gefährlichste Feind gewesen ist. Elterntorheit Die größten Irrtümer in der Beurteilung eines Menschen werden von dessen Eltern gemacht. Dies ist eine Tatsache, aber wie soll man sie erklären? Haben die Eltern zu viele Erfahrungen mit dem Kind und können sie diese nicht mehr zu einer Einheit zusammen bringen? Man bemerkt, dass Reisende unter fremden Völkern nur in der ersten Zeit ihres Aufenthalts die allgemein unterscheidenden Züge eines Volkes richtig erfassen. Je mehr sie das Volk kennenlernen, desto mehr verlernen sie dabei, das typische und unterscheidende an ihm zu sehen. Sobald sie nachsichtig werden, hören ihre Augen auf, fernsichtig zu sein? Sollten die Eltern deshalb falsch über das Kind urteilen, weil sie ihm nie fern genug bestanden haben? Eine ganz andere Erklärung wäre folgende. Die Menschen pflegen über das Nächste, was sie umgibt, nicht mehr nachzudenken, sondern es nur hinzunehmen. Vielleicht ist die gewohnheitsmäßige Gedankenlosigkeit der Eltern der Grund, weshalb sie einmal genötigt über ihre Kinder zu urteilen, so schief urteilen. Aus der Zukunft der Ehe Jene edlen, feingesinnten Frauen, welche die Erziehung und Erhebung des weiblichen Geschlechts sich zur Aufgabe stellen, sollen einen Gesichtspunkt nicht übersehen. Die Ehe, in ihrer höheren Auffassung gedacht, als Seelenfreundschaft zweier Menschen verschiedenen Geschlechts, also so, wie sie von der Zukunft erhofft wird, zum Zweck der Erzeugung und Erziehung einer neuen Generation geschlossen, eine solche Ehe, welche das Sinnliche gleichsam nur als ein seltenes, gelegentliches Mittel für einen größeren Zweck gebraucht, bedarf wahrscheinlich, wie man besorgen muss, einer natürlichen Beihilfe des Konkubinats. Denn wenn aus Gründen der Gesundheit des Mannes das Eheweib auch zur alleinigen Befriedigung des geschlechtlichen Bedürfnis dienen soll, so wird bei der Wahl einer Gattin schon ein falscher, den angedeuteten Zielen entgegengesetzter Gesichtspunkt maßgebend sein. Die Erzielung der Nachkommenschaft wird zufällig, die glückliche Erziehung höchst unwahrscheinlich. Eine gute Gattin, welche Freundin, Gehilfin, Gebärerin, Mutter, Familienoberhaupt, Verwalterin sein soll, ja vielleicht abgesondert von dem Manne, ihrem eigenen Geschäft und Amte vorzustehen hat, kann nicht zugleich Konkubine sein. Es hieße im Allgemeinen zu viel von ihr Verlangen. Somit könnte in Zukunft das Umgekehrte dessen eintreten, was zu Perikles Zeiten sich in Athen begab. Die Männer, welche damals an ihren Eheweibern nicht viel mehr als Konkubinen hatten, wandten sich nebenbei zu den Aspasien, welche sie nach den Reizen einer Kopf- und Herzbefreienden Geselligkeit verlangten, wie eine solche nur die Anmut und geistige Biegsamkeit der Frauen zu schaffen vermag. Alle menschlichen Institutionen wie die Ehe gestatten nur einen mäßigen Grad von praktischer Idealisierung widrigenfalls sofort grobe Remeduren nötig werden. Sturm- und Drangperiode der Frauen Man kann in den drei oder vier zivilisierten Ländern Europas aus den Frauen durch einige Jahrhunderte von Erziehung alles machen, was man will, selbst Männer, freilich nicht im geschlechtlichen Sinne, aber doch in jedem anderen Sinne. Sie werden unter einer solchen Einwirkung einmal die männlichen Tugenden und Stärken angenommen haben, dabei allerdings auch deren Schwächen und Laster mit in den Kauf nehmen müssen. So viel, wie gesagt, kann man erzwingen. Aber wie werden wir den dadurch herbeigeführten Zwischenzustand aushalten, welcher vielleicht selber ein paar Jahrhunderte dauern kann, während denen die weiblichen Narrheiten und Ungerechtigkeiten ihr uraltes Angebinde noch die Übermacht über alles Hinzugewonnene Angelernte behaupten. Diese Zeit wird es sein, in welcher der Zorn den eigentlich männlichen Affekt ausmacht, der Zorn darüber, dass alle Künste und Wissenschaften durch einen unerhörten Dilettantismus überschwemmt und verschlammt sind. Die Philosophie durch sinnverwirrendes Geschwätz zu Tode geredet, die Politik fantastischer und parteiischer als je, die Gesellschaft in voller Auflösung ist, weil die Bewahrerinnen der alten Sitte sich selber lächerlich geworden sind und in jeder Beziehung außer der Sitte zu stehen bestrebt sind. Hatten nämlich die Frauen ihre größte Macht in der Sitte, wonach werden sie greifen müssen, um eine ähnliche Fülle der Macht wiederzugewinnen, nachdem sie die Sitte aufgegeben haben. Freigeist und Ehe Ob die Freigeister mit Frauen leben werden? Im Allgemeinen glaube ich, dass sie gleich den wahrsagenden Vögeln des Altertums als die wahrdenkenden Wahrheit Redenden der Gegenwart es vorziehen müssen, allein zu fliegen. Glück der Ehe Alles Gewohnte zieht ein immer fester werdendes Netz von Spinnenweben um uns zusammen und alsobald merken wir, dass die Fäden zu stricken geworden sind und dass wir selber als Spinne in der Mitte sitzen, die sich hier gefangen hat und von ihrem eigenen Blute ziehen muss. Deshalb hasst der Freigeist alle Gewöhnungen und Regeln, alles Dauernde und Definitive, deshalb reißt er mit Schmerz das Netz um sich immer wieder auseinander, wiewohl er infolgedessen an zahlreichen kleinen und großen Wunden leiden wird, denn jene Fäden muss er von sich, von seinem Leibe, seiner Seele abreißen. Er muss dort lieben lernen, wo er bisher hasste und umgekehrt. Ja, es darf für ihn nichts Unmögliches sein, auf dasselbe Feld Drachenzähne auszusehen, auf welches er vorher die Füllhörner seiner Güte ausströmen ließ. Daraus lässt sich abnehmen, ob er für das Glück der Ehe geschaffen ist. Zu nahe Leben wir zu nahe mit einem Menschen zusammen, so geht es uns, wie wenn wir einen guten Kopferstich immer wieder mit bloßen Fingern anfassen. Eines Tages haben wir schlechtes, beschmutztes Papier und nichts weiter mehr in den Händen. Auch die Seele eines Menschen wird durch beständiges Angreifen endlich abgegriffen. Mindestens erscheint sie uns endlich so. Wir sehen ihre ursprüngliche Zeichnung und Schönheit nie wieder. Man verliert immer durch den allzu vertraulichen Umgang mit Frauen und Freunden und mitunter verliert man die Perle seines Lebens dabei. Die goldene Wiege Der Freigeist wird immer aufatmen, wenn es sich endlich entschlossen hat, jenes mutterhafte Sorgen und Bewachen, mit welchen die Frauen um ihn walten, von sich abzuschütteln. Was schadet ihm denn ein rauer Luftzug, den man so ängstlich von ihm wehrte? Was bedeutet ein wirklicher Nachteil, Verlust, Unfall, eine Erkrankung, Verschuldung, Betörung mehr oder weniger in seinem Leben, verglichen mit der Unfreiheit der goldenen Wiege, des Pfauenschweif Wedels und der drückenden Empfindung noch dazu dankbar sein zu müssen, weil er wie ein Säugling gewartet und verwöhnt wird. Deshalb kann sich ihm die Milch, welche die mütterliche Gesinnung der ihm umgebenden Frau reicht, so leicht in Galle verwandeln. Freiwilliges Opfertier durch Durch Nichts erleichtern bedeutende Frauen ihren Männern, falls diese berühmt und groß sind, das Leben so sehr, als dadurch, dass sie gleichsam das Gefäß der allgemeinen Ungunst und gelegentlichen Verstimmungen Verstimmungen der übrigen Menschen sind. Die Zeitgenossen pflegen ihren großen Männern viel Fehlgriffe und Narrheiten, ihr Handlungen großer Ungerechtigkeit nachzusehen, wenn sie nur jemanden finden, den sie als eigentliches Opfertier zur Erleichterung ihres Gemüts misshandeln und schlachten dürfen. Nicht selten findet eine Frau den Ehrgeiz in sich, sich zu dieser Opferung anzubieten und dann kann freilich der Mann sehr zufrieden sein, falls er nämlich Egoist genug ist, um sich einen solchen freiwilligen Blitz, Sturm und Regenableiter in seiner Nähe gefallen zu lassen. Angenehme Widersacher Die naturgemäße Neigung der Frauen zu ruhigem, gleichmäßigem, glücklich zusammenstimmendem Dasein und Verkehren das ölgleiche und beschwichtigende ihrer Wirkungen auf dem Meere des Lebens arbeitet unwillkürlich dem heroischen inneren Drange des Freigeistes entgegen. Ohne dass sie es merken, handeln die Frauen so, als wenn man dem wandernden Mineralogen die Steine vom Wege nimmt, damit sein Fuß nicht daran stoße, während er gerade ausgezogen ist, um daran zu stoßen. Missklang zweier Konsonanzen Die Frauen wollen dienen und haben darin ihr Glück und der Freigeist will nicht bedient sein und hat darin sein Glück. Xantippe Sokrates fand eine Frau wie er sie brauchte aber auch er hätte sie nicht gesucht falls er sie gut genug gekannt hätte so weit wäre auch der Heroismus des freien Geistes nicht gegangen Tatsächlich trieb ihn Xantippe in seinen eigentümlichen Beruf immer mehr hinein indem sie im Haus und Heim unhäuslich und unheimlich machte sie lehrte ihn auf den Gassen und überall dort zu leben wo man schwatzen und müßig sein konnte und bildete ihn damit zum größten athenischen Gassendialektiker aus der sich zuletzt selber mit einer zudringlichen Bremse vergleichen musste welche dem schönen Pferd Athen von einem Gotte auf den Nacken gesetzt sei um es nicht zur Ruhe kommen zu lassen für die Ferne blind ebenso wie die Mütter eigentlich nur Sinn und Auge für die Augen und sinnfälligen Schmerzen ihrer Kinder haben so vermögen die Gattinnen hochstrebender Männer es nicht über sich zu gewinnen ihre Ehegenossen leiden darbend und gemissachtet zu sehen während vielleicht alles dies nicht nur die Wahrzeichen einer richtigen Wahl ihrer Lebenshaltung sondern schon die Bürgschaften dafür sind dass ihre großen Ziele irgendwann einmal erreicht werden müssen die Frauen interagieren im Stillen immer gegen die höhere Seele ihrer Männer sie wollen dieselbe um ihre Zukunft zugunsten einer schmerzlosen behaglichen Gegenwart betrügen Macht und Freiheit so hoch Frauen ihre Männer ehren so ehren sie doch die von der Gesellschaft anerkannten Gewalten und Vorstellungen noch mehr sie sind seit Jahrtausenden gewohnt vor allem herrschenden gebückt die Hände auf die Brust gefaltet einher zu gehen und missbilligen alle Auflehnung gegen die öffentliche Macht deshalb hängen sie sich ohne es auch nur zu beabsichtigen vielmehr wie aus Instinkt als Hemmschuh in die Räder eines freigeisterischen unabhängigen Strebens und machen unter Umständen ihre Gatten aufs höchste ungeduldig zumal wenn diese sich noch vorreden dass Liebe es sei was die Frauen im Grunde dabei antriebe die Mittel der Frauen missbilligen und großmütig die Motive dieser Mittel ehren das ist Männerart und oft genug Männer Verzweiflung Cedrum Censio Es ist zum Lachen wenn eine Gesellschaft von Habenichtsen die Abschaffung des Erbrechts dekretiert und nicht minder zum Lachen ist es wenn Kinderlose an der praktischen Gesetzgebung eines Landes arbeiten sie haben ja nicht genug Schwergewicht in ihrem Schiff um sicher in den Ozean der Zukunft hineinsegeln zu können aber ebenso ungereimt erscheint es wenn der welcher die allgemeinste Erkenntnis und die Abschätzung des gesamten Daseins zu seiner Aufgabe erkoren hat sich mit persönlichen Rücksichten auf eine Familie auf Ernährung Sicherung Achtung von Weib und Kind belastet und vor sein Teleskop jenen trüben Schleier aufspannt durch welchen kaum einige Strahlen der fernen Gestirnwelt hindurch zu dringen vermögen so komme auch ich zu dem Satze dass in den Angelegenheiten der höchsten philosophischen Art alle Verheirateten verdächtig sind zuletzt es gibt mancherlei Arten von Schierling und gewöhnlich findet das Schicksal eine Gelegenheit dem Freigeiste einen Becher dieses Giftgetränkes an die Lippen zu setzen um ihn zu strafen wie dann alle Welt sagt was tun dann die Frauen um ihn sie werden schreien und weglagen und vielleicht die Sonnenuntergangsruhe des Denkers stören wie sie es im Gefängnis von Athen taten O Kriton heiße doch jemanden diese Weiber da fortführen sagte endlich Sokrates ist Untertitelung des ZDF, 2020